Für die Diagnose einer Demenz werden verschiedene Krankheitsursachen unterschieden. Eine erste Einschätzung kann durch Tests anhand klinischer Merkmale wie Gedächtnisverlust oder eingeschränkter Lernfähigkeit vorgenommen werden. Aktuell findet die Diagnose in einer Klinik oder bei Fachärztinnen oder Fachärzten vor Ort statt. Leider wird die Diagnose oft zu spät oder gar nicht gestellt, obwohl das Fortschreiten der Erkrankung durch eine Früherkennung positiv beeinflusst werden kann. Gründe hierfür sind häufig die eingeschränkte Mobilität der Betroffenen und die stigmatisierende Wirkung der Diagnose. Das StandPredictSystem zeichnet anhand kombinierter Messungen kognitionsgedächtnis- und verhaltensbedingte Parameter auf. Mithilfe dieses IT-gestützten Testinstruments sollen sich erste Anzeichen einer Demenz auch frühzeitig von zu Hause aus erkennen lassen, um Handlungsempfehlungen für Angehörige und Betroffene ableiten zu können. Wir geben viel zu viel Geld aus für Dinge, die wir nicht brauchen. Wir haben ein sehr ineffizientes und mittlerweile leider auch ein vergleichsweise schlechtes Gesundheitssystem. Das liegt daran, dass die Informationen, die eigentlich da wären, eben nicht verfügbar sind für die einzelnen Stakeholder im Gesundheitswesen. Und die Dempredict ist ein möglicher Ansatz für eine bestimmte Erkrankungsgruppe, für Profis, Familienangehörige Informationen zur Verfügung zu stellen, die es erlauben, die Pflege oder auch die Therapie, wenn es möglich ist, zu verbessern. Denpredict stellt für die Diagnose einer Demenzerkrankung einen sehr niederschwelligen Zugang dar. Dieser niederschwellige Zugang ist wichtig, denn betroffene Angehörige haben eine große Angst und vermeiden es, zum Arzt zu gehen, haben Angst vor Stigmatisierung und werden so nicht die Schwelle einer Nervenarztpraxis oder gar einer Memoryklinik überschreiten. Dempredict kann über diese App in jedem Haushalt niederschwellig und leicht eingesetzt werden, spielerisch eingesetzt werden und kann so die Schwelle, um den Einstieg ins Hilfesystem zu finden, der sehr notwendig ist, deutlich senken. Selbstverständlich ersetzt diese App keine ausführliche weiterführende Bestätigungsdiagnostik.